Ich bin hier gerade an meinem Briefkasten und ich glaube, Tim hat mir den Geldbeutel geschickt. Da steht jetzt meine Adresse drauf, aber das ist ein Pinsel-Set. Das ist safe bei dem, weil ich glaube nicht, dass Tim mir Pinsel schickt. Okay, so, ich bin jetzt zu Hause angekommen, wir machen jetzt ein Paket auf. Es ist mein Geldbeutel, der schickt mir doch keinen Pinsel. Ja, ja, ja. Leute, ich habe meinen Geldbeutel. Bitte einmal alle bei Tim bedanken, dass du es endlich geschafft hast. Ich habe meinen Arzt-Termin heute zwar deswegen verpasst, aber ich habe ihn auf nächste Woche Donnerstag verschoben. Leute, Emir hat jetzt keine Geldprobleme mehr. Ich bin so glücklich.